Das ist eine Messerrunde, das heißt, ausschließlich Messer und Blendgranate da verwendet werden, alles angekündigt zum Diskoliktentzug und zum Straftat. Also, verwendet schon, aber halt nicht, wenn man den anderen damit tötet. Ja, nicht töten, was zu töten. Würdest du dich damit nervös machen? Kann, mein Freund. Tanzt. Okay, wenn du tanzt. Nee, du tanzt. Nein, du. Nein, du. Scheiße. Da hat er zu früh ihr Messer, bin schon mal gut. Tja, du kannst das halt einfach nicht. Hab ich denn schon gesagt, dass ich gut entführt bin? Da wirst du. Scheiße, ich hab mich erst da hinten versteckt. Ach, da bist du, sagt ja. So, da hast du mich immer noch nicht gesehen. Scheiße, da muss ich eigentlich gerade rüberklettern. Wie wollte der nicht. Du hast mich nicht mehr getroffen. Doch, ich bin natürlich, als wäre es ja nicht gut. Ja, aber der Messer hat mich nicht mal verwöhnt. Scheiße. Oh, sorry. Ja, maaaannn. Mach dir, du kannst mir ja helfen, ist doch gut. Scheiße, jetzt hast du Glück gehabt, jetzt hast du nur Glück gehabt. Nee, kein Glück, können. Ach, aber das war nur Glück. Tut mir leid, ich bin unverkehrt. Scheiße, ohne Spaß, ich lag hier so drinnen. Es hat sich angehört, als wärst du direkt hinter mir. Ja, aber da konnte ich mich ja auch nicht. Das ist ja normal. Scheiße, ich hab gerade an den Messern. Wir messern übrigens, ja, zu seiner Erfahrung. Wir messern übrigens immer noch. Warum hast du da nicht reagiert? So. Was? Was? Ah, der war geil. Der war geil. Vorhin war ich schon geflasht, noch bevor die überhaupt explodiert ist. Weil ich sie dir einen Kopfschmissen habe. Ich glaube sie dir voll und voll den Kopfschmissen. Und weil ich sie dir einen Kopfschmissen habe, war es zwischen den Flecken. Dann nehmen wir auch einen Rall. Du bist gleich geflasht, weil ich sie dir einen Kopfschmissen habe, von dem Aufenthal. Du bist gleich geflasht, weil du bist gleich tos, weil ich in meinem Messer anrufen gesteckt habe. Okay. Weil ich direkt hinter dir bin. Okay. Mach mal, jetzt rennt er weg. Was ist gerade dein Ernst? Ja, ich glaube ich nicht. Oh geil, der steht fast direkt vor mir und da sieht mich nicht. Okay, wo bist du? Okay, wo bist du? Okay, wo bist du? Ich bin alleine. Alleine! Habe, da führt es aus! Habe, da führt es aus. Ach, das ist aus! Scheiße. Das ist halt daneben! Da ist das... Da ist ihr im Flashen wie Sau und was ihr daneben soll, ist scheiße. Jetzt hast du keine Flashen mehr. Oh, sorry. Ja, will ich jetzt wählen, wa? Alter, wirst du mit aussiehen, wenn du über die Mauer messerst, ey. Nee, komm doch her. Da ist aus, ey. Nee, du... Du hast es noch nicht so herkommen, habe ich gemacht. Alter. Du hast es noch nicht so herkommen, okay, habe ich gemacht. Oh, so. Tja. So, den wolltest du doch eigentlich, oder? War das nicht so? Jetzt hat er mal kein Team mehr zu spielen. Oh. Du hast ja der C4. Und warum reagierst du jetzt nicht mehr? Bisschen böse oder was? Bisschen böse oder was? Bisschen böse oder was? Bisschen böse oder was? Das soll ich bei dem Stand noch machen. Spielen? Wir werden hier siegen. Weiter feuern. Okay, so viel dazu. Die Zeit wird knapp. Bisschen böse oder was? Ja, alter Geset. Na komm. Den versteh' ich jetzt nicht von dir, aber gut. ja bei mir habe ich schon auf dem Messer, bei mir ist das Messer so immer in dir geblieben bei mir ist das Messer in dir drin gewesen nicht ganz offensichtlich, oder ich war schneller, er war einsam aber schneller wie immer